Vor wenigen Tagen sorgten Verena Kehrt und Marc Terensy mit einem angeblichen Prügel-Zoff in Hamburg für Schlagzeilen. Oliver Pocher und Ehefrau Amira konnten sich einen Seitenhieb gegen die beiden nicht verkneifen. Verena Kehrt-Marc Terensy Die Pochers sprechen über Prügelskandal. Es war das Thema der letzten Tage. Zwischen Marc Terensy, 45, und Verena Kehrt, 42, soll es während eines Hamburg-Trips in einem Hotel im Stadtteil St. Georg mächtig geknallt haben. So doll, dass sogar die Polizei eingriff und den 45-Jährigen mit auf die Wache genommen hatte. Von Prügel-Vorwürfen und Alkohol war die Rede. Während sich Freundin Claudia Obert, 61, kritisch zu dem neuen Eklat um die beiden geäußert hatte, machten sich Marc und Verena selbst mehrfach öffentlich über die Schlagzeilen lustig. Wer das Ganze hingegen weniger witzig findet, sind Oliver, 45, und Amira Pocher, 30. Oliver Amira Pocher Das ist so krass primitiv. In der letzten Folge von Die Pochers sprach das Paar, das seit Wochen tief in einer Ehekrise steckt, unter anderem über Verena Kehrt und Marc Terensy, und übte nach den Prügelschlagzeilen deutlich Kritik an den beiden. Der Comedian betitelt die beiden als Prügel- und Prumillepärchen und hat einen klaren Verdacht um die 42-jährige Ex-Dschungelcamperin. Er ist ja gar nicht bekannt für Gewalt, meint Uli. Während der Ehe mit Sarah Connor, 43, sei es schließlich nie zu derart krassen Schlagzeilen gekommen. Mein Gefühl ist, dass das von ihr kommt, meint er und weiter. Diese Kombination ist pures Gift. Ehefrau Amira Pocher Nicht nur, weil die beiden in der Öffentlichkeit stehen, sondern vor allem, weil der Sänger schließlich auch Vater sei. Das ist wirklich nicht lustig, so die 30-Jährige. Das ist wirklich nicht lustig, so die beiden in der Öffentlichkeit steht, was sie jetzt genauer, weil der Sänger schließlich auch nicht leise. Und dann wird es 對不對, weil der Sänger schließlich auch nicht leise. Vielen Dank.